Die Weltbevölkerung wird auf 9,1 Milliarden Menschen anwachsen. Mit ihnen wächst der individuelle Wunsch nach mehr Lebensqualität. Für jeden Einzelnen. Ein Anspruch, dem sich der Wacke-Konzern seit 1914 erfolgreich stellt. Im Auftrag renommierter Unternehmen entwickeln wir einzigartige Lösungen, die unsere Lebensqualität verbessern. Zwei Rohstoffe, mit denen Wacke so virtuos umgeht wie kein zweiter. Silizium und Ethylen. Sie sind die Basis für ein umfassendes Lösungsspektrum und fünf sehr erfolgreiche Geschäftsbereiche. Lösungen von Wacke sind allgegenwärtig. Denn sie stecken in unzähligen Innovationen bekannter Markenhersteller. Wacke ist damit ein Teil unseres täglichen Lebens. Mehr Funktionalität, Komfort und Wohlbefinden im Einklang mit unserer Umwelt. Unsere Produkte beeindrucken durch ihre zuverlässigen Eigenschaften. Selbst unter Extrembedingungen. Ganz gleich wo auf dieser Welt. Die Produkte, in denen Wacke steckt, bringen Hightech und Spitzentechnologie. Lebensfreude und Qualität auch im abgeschiedensten Winkel der Erde. Ohne Wafer von Siltronic steht die elektronische Welt still. Unsere Innovationen sorgen dafür, dass sie sich immer weiter dreht. Bleibende Werte brauchen dauerhaften Schutz und Stabilität. Wacker-Produkte sorgen dafür, ein Leben lang. Unser Leben ist immer in Bewegung. Momente der Ruhe sind Luxus. Wacker ist ein Lösungspartner. Die Fragen stellen unsere Kunden. Die Antworten liefern wir. Nachfragepotenziale erkennen, geeignete Produktanwendungen zu entwickeln und so erfolgreiche Märkte zu generieren, hat nachhaltiges Wachstum zur Konsequenz. Für beide Partner. Damit profitiert Wacker von den Erfolgen seiner Kunden, die zu den Top-Unternehmen weltweit zählen. Wachstum verpflichtet. Um effizienter zu agieren, investiert Wacker in eigene Standorte für Produktion und Vertrieb. Das bringt uns näher zu den wichtigen Märkten und unseren Kunden, ihren Wünschen und Anforderungen. Wer intensiv in Forschung und Entwicklung investiert, bekommt die Antworten früher als andere. Wacker ist stolz auf seinen Technologiestatus und gehört zu den forschungsintensivsten Chemieunternehmen weltweit. Die Entwicklungen und Ergebnisse in den unterschiedlichen Marktebenen sprechen für sich. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen der Wacker Chemie AG. Denn es geht um mehr als das Erfüllen von Kennzahlen und Standards. Es geht um ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung. Verantwortung aus Tradition und für die Zukunft. Wacker – Heute schon da, wo andere gern sein wollen. Und jetzt wird es ein großer Herausforderung. In das Ventil. Da wird es schwer, wie das noch beim Leben zu haben. König Mögen- Wacker-Wacker ist für die Zukunft. Da kommt, wo andere man sich um die Musiker. Die Polizei-Wacker sind unsere Ster��-Wacker – das ist ein paar Jahre. Vielen Dank.